Ein Stück weiter vorne, genau. Einzigartig hochspielen, genau. Unrealistisch, ne, eigentlich? Ich hab da einfach nur Viecher ankommen, ey. Gehen, wir sollten zu Betty. Ja, noch ein kleines bisschen. Lass uns, wenn's hochgehen und oben irgendwie was fertig bauen. Damit wir ein kleines Reich haben, weißt du. Ich bin eigentlich auch in Hochkopf. Ich hoffe, keine Erdblöcke mehr. Ich habe keine Erdblöcke mehr da. Hm, da ist soweit. Ich bau das nur schnell ab. Das sieht so interessant aus, weißt du. Das gefällt mir. Okay. Das gefällt mir. Ist das, oder? Smitten Sie hat nur Hitze, Bönen gern gesagt, Warum verwendest du jetzt hier unten das ganze Zeug? Das ist nur Erde, aber ich nehme das Zeug mit hier. Erde habe ich genug hier, ich habe 296 Stück an Erde dabei. Aber ich wollte gerne die Holzstruktur hier haben. Auch sowieso hier unten ist keiner, weißt du? Ja, dann kommen wir aber da nicht mehr zu Dings hin. Du meinst jetzt hier hoch? Tun und sowas. Ich habe alles von unten mitgebracht. Das muss man wegnehmen, hier verstecken. Habe ich eigentlich hier? Oh, guck mal. Ja, klar. Hä? Was war das denn? Ein Nasenrüssel. Nein. Ne, hier geht es nur runter. Ja. 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 Irgendwo ist der Ausgang. Oh, da fliegt was. Aber wir kamen hier oben rüber, ne? Oder? Ja, von hier, ja. Warum kommt der Flügel? Komm, was wir ausrüsten? Alle? Oha. Hat aber weh hier. Oh mein Leben. Wow, oh oh. Oh. Kann ich da was kurz benutzt. Aaaah. Nein. Ich würde es nicht mehr. Ah. Oh. Das wieder глазelt immer, ist er. Warte mal, ach so Ich mach das so So, der sitzt fest Boah, Drachi Oh, gleich, hast du gesehen? Ist fest Aua Ah, ich hör schon die Luft Oh, das ist Hasi Nein Hey Oh, Mann, oh Diesmal habe ich keine Crudels bekommen Und die ist denn etwas da Hier oben sind noch Crudels, wo ich gleich bin Boah, jetzt hast du die Dinger aber noch nicht Verdammt, ich hol sie schnell Oh, da sind noch Crudels in der Ecke Ich hab sie Oben sind Crudels und hier sind auch noch Crudels Und die unteren Oh, gucke mal Fisch ist auf Grund Das sind Grundfische Oh Hast Fisch gekillt Kann ich mir ganz kurz mal was zeigen, Schwatz, hier Schau mal die ab, Haus Hier liegt, steht da Wasser drin, ne? Ja Ich mach mal jetzt die hintersten Blöcke raus Hup, Wasser weg Hup, Wasser weg Cool, ne? Hasi Nein Was machst du denn da unten wieder? Warum? Ich mach mal das Loch lieber zu Was machst du denn da unten? Eine schöne Gegend hast, ne? Kannst du gern mal Oh, dein Leben übrigens, ne? So, guck mal ganz kurz Warte mal ganz kurz, ich will mal ganz kurz was ausprobieren Ja, mach das ruhig Mach mal her Ich bin ja, ich bin ins Loch gefallen Entschuldigung Das wollte ich nicht Ops Ich will mal ganz kurz was ausprobieren Bleib mal ruhig stehen Krass Kass Ist das eine Fähigkeit bei dir, oder? Nein, das ist nicht. Nehmen wir dein Schwert oder sowas? Ja. Dann halte mal die rechte Maustaste gedrückt. Ah, okay, das ist das bei mir. Also du kannst dich wegbiegen mit dem Schwert. Wie machst du das, dass du da raufkommst? Springen. Ja, hab ich auch gemacht. Soll ich denn ein Klotz hinbauen? Warte, ich klötze dir hier im Bau hin. Klotzt mir im Bau hin. So, jetzt habe ich was hingeklötzt. Ich mache nochmal kurz holzi holzi hier oben. Der Baum ist so schön. Der Baum zittert. Ich höre Musik. Ich höre auch schon die ganze Zeit. Ja, aber ganz leise. So andere muss ich hier. Hebst du dich zu mir, oder? Ah, du kriegst ja noch. Cool. Ah, das ist der Baulwurfen. Er singt. Oh, nicht. Man, oh. So hat er es schief gelaufen. So hat er es schief gelaufen. So. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Ah, du kannst... Ah, okay. Also wenn du zum Beispiel das Schwert ausgerüstet hast und drückst plötzlich R, dann hast du es auf den Manipulator. Ah, okay. Das ist das. Vielleicht kannst du hier mit... oder hier ran was machen an den Manipulator. Money. Ah, money. An dem hier vielleicht mit was machen. Nein. Upgrade. Nee, da kannst du nur andere Sachen kräften. Okay, dann fehlt uns vielleicht noch irgendwie ein Gerät, um sowas zu kräften. Dieses Manipulator-Upgrade-Dingens, ne? Da kriegst du tausend Dinge dafür, weil es legendary ist. Was? Ich kann das einfach oben irgendwo reinpacken, dann muss ich mir das. Na ja. Lass uns die. Habt ihr? Wir haben hier ein paar Sachen rein. Pack doch das Zeug hier in das Ding rein. Ich hab hier Werkzeug reingepackt, alles, was du benutzen kannst. So. In dem Ding. Das ganze Werkzeug drin ist für dich. Also für uns. Du Katze, mach's gut. Voll süß, die Katze, du. Genau auf meinem Platz, wo ich stand, so guckst, kamst du hier raus. Ich hab mich zu viel geblieben. Eigentlich. Hände hoch. Geht gar nicht. Blub, blub, blub. Okay. Blub, 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 blub. Es wird irgendwie so eine Dings hier, wie so eine, wie heißt das Ding? Wasserpistole. Blub, 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 blub. Ich höre das gar nicht. Wenn du abbaust, das Ding war so. Blub, 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 blub. Oh, du musst auffassen, du kannst, das hintere hier kannst du abbauen auf dem Schiff, ne? Obacht. Was? Die hintere Front hier kannst du abbauen vom Schiff. Obacht. Ja? Mhm. Hör auf. Nein, nein, mach nicht. Ich bin anständig. Nein. Da ist sie davon. Auf und davon. Auf, auf und davon. Guck mal, ich habe eine Lupe, um dich zu sehen. Lolli, Lolli. Juhu. Babyrassel. Komm, Katzi, komm. Fangen die Babyrassel. Fangen sie. Hab. Oh. Eingespart. Hilfe. Hilfe. Geil. Du bist aber gut. Richtig. Ich hau ab. Tschüssi. Tschüssi. Ähm, wie komme ich an mein Schiff? Bin wir jetzt auf deinem oder? Auf mein. Das ist dein Schiff, aber ich bin mich mal zu meinem Schiff. So. Gut, gut. Oh, wie komme ich an mein Schiff? Ich komme gar nicht auf mein Schiff von mir aus. Manjo. Ah, ich muss mich erst runter beamen und dann hoch beamen, ganz normal. So, hi Katzi, ich bin da. Ja. Geh mal schlafen. Sammy hat ein anderes Bild drin bei den... Tschüss dann. Tschüss dann. ᴚ. Also an. Ich machinho mentions.